Habe ich zu früh die wettliche Kraft gestartet? Aber man schafft die Sachen auch alleine zu lösen Also das sollte halt kein Problem sein Das schaffe ich jetzt hier nicht in der erlaubten Zeit Ist ja auch nicht tragisch Und diese äh heldhaften Begegnungen sind praktisch jetzt auf dem einzelnen Maps verteilt zumindest weil die Zeit ist zu kurz Ich habe ja auch keine imba Ausrüstung wo ich ja mal die Viecher platt mache auf dem 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 29 auf dem 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 aber zuvor können wir mal versuchen weil hier sind neue äh wie heißt das melden uns mal an neue gefechte die sind ja auch bei under darken bei und vielleicht kommen wir rein vielleicht kann man nicht rein äh mal gucken hier ist noch ein neuer npc sehe ich gerade aha 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 ah wieder quest für under dark ich schwöre das wird das ende von berlin sein scheinbar unterschätzen wir alle die gefahr die von den roten magiern ausgeht seht euch das mal an wir könnten gegen sie verwenden ein harfner der jemand anderen über vertrauen belehrt so den reisen wir mal wie gesagt hier die npc ist neu der zwerg reisen wir mal nach eis und dahin dahin das auch wieder was neues brennende leidenschaft ah da war ich glaube ich die quest wo wir hin müssen oder wir haben hier noch ein quest die arcane bruderschaft wird in ice wind dale für recht und ordnung sorgen ihr habt ein großes loch in die vor das war kann die arcane bruderschaft ja hätten abschließen weil ich hätte eine quest offen aber aber das sind glaube ich die die genau wir können ja mal wo etwas neues gibt wenn man zwängt hat ob da auch so eine heldenhafte begegnung ist mit wo beziehungsweise wie im ring des grauens und im drachenbrunnen wieder gelade 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 gepätsche zur verantwortet nicht kennen wir ja alles und mal gucken was hier ach das da ist es da ist es brennen wenn wir da auch mal hin ok gucken ob wir es auch so einfach schaffen aber das ist ja ich sehe gerade hier sind ein bisschen angriffig unterwegs oh oh die machen ein bisschen mehr Aua oh was ist das denn so die erste Welle haben wir auch geschafft doch nicht wir haben noch ein Vieh vergessen ach so der der heilt den Stein der heilt den Stein ja den müssen wir beschützen den müssen wir beschützen sagen wir dem der der die Was ist hier am Start hier? Oh. Ah! Ahí. OK. Eh? J'web boost. Hier bin ich. So, baue ich acht. Komm her. Bau dirne. Hier geblieben. Hier bin ich. Hier bin ich. Na. Alter Schwede. Ich hab' den dir getan. Hier auch nix. Ich hab' mir bloß da. Steiner. Off high Ich denke mal, dass wir das hier hoffentlich auch zum Ende schaffen Ein kleines Zipp ist da noch Mal gucken was jetzt passiert Ok, haben wir auch geschafft Wieder Ein paar Sachen Da unten ist wieder so ein Ding Dann müssen wir jetzt nicht unbedingt hin Also gehen wir mal zur nächsten Map Nach Scheren da Scheren da Scheren da gucken Oder wir gehen mal nach Eis-Wind pass Da müsste dasselbe rumschwören Gucken ob das da auch so was gibt Ich denke mal schon Ja, dann gibt es auch was neues Hier links um die Ecke Gehen wir mal zwei Hier ist doch der Riese Oh Hey Leute Ach, bis wieder Ah Da ist der Riese Das selbe Ding was äh praktisch Wir haben vorher einen Drachenbrunnen gemacht Wo wir den Typen aufhalten müssen Wo wir den Typen aufhalten müssen Wo wird da? Ach da Ach da Dich lieb Dich lieb Ja, va. Bist du in Hunde? Das ist blöd, dass man den irgendwie nicht aufhalten kann. Ah jetzt. Gucken, wo kommt er raus? Ach da. Ach da. Ich denke mal, dass ich hier das Richtige mache und nicht irgendwie hoch... Huch. Na, dann ist er weg. Da, da. Unser neuer Freund. Ach. Wir haben's verkackt. Ach. 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 Das war das zweite Dingens. Äh, wo ist man das jetzt? Ach, das soll... Da in dieser Gruft oder was das immer auch immer sein soll. Ach, das ist jetzt ein Magier. Oh! Das haben wir ja schon. Die Drachtenbrunnen und so gemacht. Aber... Nichtsdestotrotz machen wir es hier immer schneller mit. Wie gesagt, bei Android Dark King neue Anifaktwaffen, neue Rüstungen etc. Wo man halt mit Siegel wieder sich holen kann. Und naja. Die ganzen Schoße auf uns lenken. Wie gesagt, es gibt halt neue Helden nach der Begegnung. Wie ich den, äh, Weißbindel... Ding des Grauen, Schellender und so weiter und so fort. Und dann gucken wir nachher mal... ...ins Portal rein. Weil da soll... ...auch... ...neue... ...sachen... ...und so weiter und immer ne... ...irgendwelche Punkte bekommen. Das war's für heute. Und ich muss mal gucken, wir haben nachher ein bisschen noch Skill. Weil ich wollt ja irgendwas testen. Doch, wir schaffen das, ne? Das war's für heute. Das war's für heute. Das hätten wir auch geschafft. Gucken wir mal. War klar. Das war's für heute. Aber jetzt gucken wir mal nach Sheridan. Ah. Das war's für heute. Und hier bei Big Rings Ruf soll auch diese Punkte geben. Oder irgendwelche Kristalle etc. Da gucken wir mal ein anderes Mal rein. Aber jetzt schauen wir mal nach. Schnell fix. Ach. Ich bin doof. 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 Ich bin doof.